Hallo Leute und willkommen wieder bei Hearthstone mit mir, Maru. Arena-Zeit! Da das Arena ja quasi auf das Vorstellungsvideo ist von dem Deck-Tracker-Plug-In, das euch einfach als Arena-Anfänger für das vor allem hilft. Karten kann man auch nicht aufmachen. Bäh. So planen die sich. Hatte er ja nicht gesagt, ich weiss gar nicht. Also mit dem Homer J das üben, das verschiebt sich doch ein bisschen. Dafür hat er erstmal wenig Zeit. Der muss ja jetzt erstmal Energydrinks füllen. Nee, das macht ja jemand anderes. Ah, das ist ne Scheiß-Stadt gegen unsere Druiden. Den Goblin behalten wir mal, den können wir immer noch unter 2 raushauen. Na gut, ähm... Ja, mit Kapuze werde ich am Donnerstagabend aufnehmen. Das heißt, da kommt dann der Kapuze-Quatsch. Das mache ich jetzt auch Arena. Weil wir müssen ja die Arena für dich haben, dass wir Kapuze in eine neue Arena anfangen können. Den daraus zumindest bringt gar nicht, weil der macht aber seine Heldenfähigkeit und gut ist. Den müht sich dann raus. Oder wenn er jetzt die Heldenfähigkeit macht, spiele ich den hier. Dann spiele ich den jetzt aus. Weil wenn er jetzt auch unter einem Mana verliert. Ist auch wichtig, er hat keine Coin. Das heißt, wir können gegen Zapuze auch mal spielen. Und wird in den Taco hinieren. Na gut. Gut. Gut von ihm. Das ist auf jeden Fall das Beste, dass er jetzt halt hätte trocken können. Ach, es ist immer noch für mich nichts. Aber es ist halt... Aber es ist halt... Okay. Ich gebe den Pürscher. Ähm... Er hat vielleicht einen Swipe. Der spielt über das Geheimnis aus. Zur Sicherheit. Nö. Nö. Das ist dann mal, jetzt kann ich die Abo nicht einfach spielen. Den kann ich auch nicht spielen, wenn er im nächsten Runde ohne Probleme traden. Den darf ich auch nicht spielen, wenn er auch einfach traden kann. Ich bin ein Rassad nicht. Du Rack. hier kann man am besten durch das hier muss mit dem baum gehoben werden immer große bäume dafür muss ich das ja aufheben das geht ja das heißt er muss weg na gut das war nicht der große baum den ich sehen wollte das ist von art ich habe eigentlich schon verloren den moment weil ich habe keinen flammenstoß das weiß er zwar nicht aber ich habe keinen damit ist das hier einfach was wir nicht wegkriegen wir haben keine karte mehr dagegen umso schlechter jetzt noch also die chancen hier zurückzukommen sind sehr gering gegen den gobeln mit dem worgen sonst hätte ich nicht einfach wegblachen können ich denke für jetzt ist ja ein eisblock da ich mir gegen zauber jetzt bin ich in den tag versorgt glaube ich jetzt hätte ich flammenstoß im deck würde ich sagen wir haben eine chance habe ich aber nicht daher unsere chancen dann doch recht gering und Der Golan Der Golan war halt auch schlecht, weil ich meine Handheld immer voll habe, wo nur... Aufzuggigant. Noch einer. Und down. Ja, war nicht viel zu holen. Ich hab einfach seine Karten einfach, wenn er das konnte, zu meinen Karten. Könnte eine schnelle Runde Arena werden. Das Deck ist halt leider auch scheiße. Wir hatten halt echt eine beschissene Auswahl. Ein Schurken. Ein Schurken mit der Münze. Dann können wir Gegenzauber wegpacken. Gegenzauber brauchen wir später, wenn er große Karten hat. Ich pack beide Geheimnisse weg, weil wir hoffen, lieber was Kleines zu ziehen. Naja, nicht das Kleine. Äh... Die also spielen wir die zu Münzen. Hätte aber noch die Durchbrüche können irgendwas machen und bringt mir nix. Ich muss wenigstens irgendwas gemacht haben, damit sie nicht komplett sinnlos verschwunden. Ich kann das drauf ankommen lassen. Das fehlt ihnen jetzt entweder dazu nicht zu spielen. Ach Mist. Hier zu spielen bringe ich jetzt leider gar nichts, weil er selber wegmacht mit dem Rest seines Durches. Was für der... Ich bin bereit. Hm... Das ist alles blöd, was wir machen können. Unsere Karten gehen nicht auf. Hä? Wurde ich gerade sagen. Okay. 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 Ich beschütze meinen Minion, darum geht es mir jetzt gerade. Durchzweet ihn zu 3 Mana. Ich werde ihn bringt ihm nix, vielleicht kann ich pingen. Hm. Hm. Hatte ein Ersatzteil, das wissen wir. Ersatzteils schaden, das wäre ja ziemlich scheiße für uns. so viele Möglichkeiten für den Lichtkönig okay so viele Möglichkeiten die Wahrheit ist mein Schild die Kartenunterschied sind ja jetzt deutlich 5, 7, 4 hat einen Kartenvorteil 4 Karten na klar, dass es gehabt bringt nichts anzugreifen wir haben noch 8 HP wir hatten noch einen Attentat getoppt deckt das ist ein Fahrrad das war das lächerliche Runden hier jetzt gerade was will man machen? was will man machen? manchmal läuft es halt wirklich einfach nur scheiße das Deck war eh von schlecht und dann hast du halt nur sowas diese riesengroße Mittelfinger die mir das Deck entgegenstreckt ich will jetzt ein Skull draus? ja, gut still, Picks einmal ein Nutschrittiger rechtes Skull und machen noch hier eins auf ja, hier kriege ich immer nichts raus wie immer machen wir alle auf komm nix, nix, nix wie immer oh, ein goldener Lebra-Gnome mein zweiter Meeresriese war das zweite Schwert davon hatte ich auch nur eins ich hätte nur ein Meeresriesriesen ja, perfekt ja, was machen wir jetzt noch? hmm Reader oder Jäger Jäger oder Magier oh schauen wir doch mal ich will hier den Decktricker ausschalten äh okay Magier gegen Magier behalten, behalten definitiv behalten behalten den brauchen wir am Anfang nicht das ist aber eine sehr gute Starthand sagen wir mal, was ein Magier ist ja äh so wenn jetzt ein Flammschürer ziehen würde das wäre schön ich werde es ihnen zeigen ich werde es ihnen alle zeigen bereit wer der Satz ist das heißt der Gegentzauber bringt mir halt herzlich wenig der Zweisatz zahlt die was mal loswerden müssen bevor ich Gegentzauber spielen kann die wieder aufheben bis er damit was machen kann also außerdem zu verwirren hat das gegen Geheimsgrad keinen Nutzen der Woman das gegen die die Ich hätte mir die Münze sparen können, ehrlich gesagt, hätte ich die zuerst gespielt gehabt. War doof von mir. Eure Mechs. Mein Glück. Der Klammschürer wäre halt super. Der bringt mir gar nichts mehr. Dankeschön. Ich will jetzt das Geheimnis, die ich nicht mehr Ersatzteile hat wie Mas. Ich hätte einen Flammschürer gebraucht. Zun. Lammmschürer bitte. Wir hatten einen scheiß Tor. Ich bin ja vorbei. Ja, ja. Ich diene dem Feuerfürsten. Dummköpfe. Hört ihr besten Scham. Das war's. Das hat noch einen ins Gesicht geflogen. Jetzt war wieder schon wieder die Höhe. Es ist das Game Over. Er sieht das Board. Das will ich machen. Ja. Leider, leider, leider einen viel besseren Anfang hat als wir. Wir haben halt einfach keinen Follow-Up gehabt. Und schon ist mein Rang wieder weg. Ich will nur noch mal wiederholen. Wenn ihr euch fragt, warum ich nie Legend geworden bin, einfach nur weil ich durch solche Situationen, wo mir so wirklich das Glück des Gegners so den Kopf so bam 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 bam. Es dauert einfach viel zu lange. Ich habe diese Zeit einfach nicht. Kann ich jetzt noch mal in einem Match? Hey, Santa. Dann können wir natürlich die hohen Karten. Ja. Aber nein, die müssen wir behalten. Wir haben keine Coinen. Das ist schon mal scheiße. Der Jäger hat eher die Coinen. Aber wir haben einen Mana-Wurm. Damit können wir arbeiten. Mit Coinen wäre es noch cooler. Aber unser Mana-Wurm beschützt uns erstmal eine Zeit lang. Gut, dann. Gut, dann geht's. Bis zum nächsten Mal. Wie geht's mir heute. Ich bin jetzt aber ganz sicher. Verr trazer mich auf dir. Dann habe ich jetzt wieder. Ich bin jetzt aus dem Rechnen. Warum sollen wir seine Rechnen? Ich bin jetztタ включiert. Ich bin jetzt. Klasse. Ah, wer weiß, es könnte nützlich werden. Könnte nützlich sein. Anliegen wir jetzt Huffer. Oh, nichts. Dann lass ich unten das gleich zu riskieren, um noch mehr auszuspielen. Erzählen wir noch Karten. Okay. Wir haben keinen billigen Zauber auf unseren Flammenschürer. Poin, lass die unten los mit dem Messerwerfer. Ja, jedes Messer ans Gesicht ist gut. Damit kann man leben. Damit kann man leben. Das Wasser elementar ist halt gemein für ihn. Das ist übrigens mit Renchanter, das heißt jetzt kommt sowieso eine Hochmähne raus. Weil sie immer Hochmähne haben. Ja. 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 da facebook wir gleich gleicher北. Hab' ich mit Wanner verrechnet? Jetzt dachte ich ernst mehr, wo wir das Wasser elementar spielen sollen. das mag ich frage mich gegen zauber wenn sie sich schon gewonnen das mag ich schmecken oh ja, mag ich schmecken auf in die schlacht, Magde nö 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 So, mir ist ein Jäger geplättet. Haben wir mal zwei Stände verloren, leider. Ja, erfolgreich einen Stern verloren. Perfekt. Na, morgen geht's weiter. Bis dann, Leute. Erinnert dann ab Freitag mit Kapuze. Bis dann. Tschüss.